Jetzt geht es los mit ganz großen Schritten Und pack ihn im Vordermann an die Schultern Lass ihm die Stimmung wie ein Luftballon Ja, hier sind Berge Oh, bald ist fertig Bald ist er fertig Jetzt geht es los mit ganz großen Schritten Und pack den Vordermann an die Schultern Das ist die Stimmung wie ein Luftballon Lohna mag das Lied Sie singt nicht selber Das ist voll warm eh Ja, dann kannst du auf Scheiße Hier ist Sauna Lohna ist so heiß wie Sauna Oh, hat er uns verloren mal wieder War das ein graues Pferd, ja? Ja, willst du es haben? Ich habe das mit Kulieren Ja? Ja, ich habe kuli Ja, ich habe kuli Sie hat Sakit Sakit Ich glaube, du hörst du den Kult. Eh, Nyanyi dong! Ah, Nyanyi, Nyanyi, Nyanyi. Nyanyi? Nyanyi! Nyanyi, 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 Nyanyi dong! Nyanyi dong! Ganteng, Ganteng, Ganteng. Ya ampun, Ganteng, 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 Ganteng. Bapidi, 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 Buh! Adi, Bibadas! Paketi, Paketi, Bong! Paketi, Paketi, Bong! Pageti, Paketi, Bong! Bei mir zu ihr, bei dir ist es genau. Okay! Wollen wir wieder singen? Ja! Jetzt geht es los! Mit ganz krassen Schritten! Und Paketlona, Andi! Kasset die Stift vor! Wie ein Luftballon! Fertig? Jetzt geht es los! Mit ganz krassen Schritten! Und packen Vordermann an die Schulter! Als hätte die Stimmung! Wie ein Luftballon! Ja, ja, ja! Da wollen wir hoch, oder nicht? Jetzt nicht! Oder jetzt, okay! Ich weiß nicht, wer da hoch kommt. Ich hab meine Worte hoch! Wie lange musst du zwei Stunden rum laufen? Wie bei, wie bei, wie bei, wie bei, weißt du noch? Ah, ja, 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 ja! 14 Kilometer laufen! In Brilon, oder? Es war in Brilon! Ja, ich glaube! Wir wollten auf den Berg! Ja, 14 Kilometer! Wow! Du hast ihn gesehen, es sieht nicht weit aus! Ah, aber der See ist schön, ja? Und sieh! Was war in Brilon da? Un und sieh! Checks du dich! Ich danke! Wie bei, wie bei! Ich schlechte dich! Ja, ich danke! Ja, ich danke dir! Wir lieben! Ich danke dir! Bambini, Bambini! Oh, dass ihr es sein? Ja, ich denke! Gott, ich denke! Ich denke, ich denke, ich denke! Simpala, Simpala Berti Pusing, Kepala Berby Berby Simpala Berby Teletubbies Tinky Winky Tipsy Lala Popo Popo Popois Asso Popois Asso Pantat Pantat Popo bedeutet Pantat Und in Deutschland Heißt es ja Tinky Winky Ist nicht jugendfrei Wieso? Ist U18 Okay Tinky Winky Steckt sein Dipsy In Lala's Po Oh my god Aduh video ini 17 tahun keatas nih Tinky Winky Tinky Winky Tipsy Lala Uuuuuh Uuuuuh Telekodok 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 Zagen Quack 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 Ya 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 Ini calon pelawak masa depan Indonesia Apa? Bodoh Apa lu? Lu Lu Buh Buh Etek tau Oh Oh ja Stimmt Ich war doch vorhin duschen Bevor wir gefahren sind Und wie viel war? Vor 3 Stunden Alles gut Das war noch spaßig Ich will Eis Ah es ist Krim Es ist Krim Du auch? Eich Jokollade Aber wo ist ein Eis? Ich sehe doch nicht mehr die Strasse Ja nur Strasse 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 itu artinya jalan raya Wo fah ich denn jetzt lang hier? Tinky Winky Bip 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 Tentu langku Bersatu dalam semangat Mandok Mandok Bodok Abalo Wirt I Dunair Kira-kira-kira Duh Kita udah sering banget kesini Winterberg Nein 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 Weißt du noch, da sind wir mit Fahrrad langgefahren Die ist ab dieser Kirche Ja Dann war die, die eine Familie überholt Weißt du noch? Weißt du noch? Nein Winterberg Kirmas Wow Längst du weiter? Und nächsten Monat bei uns? Curry was Pommes Wow Ich hab schon Reis gegessen Ja ich auch Ich habe auch schon gegessen Und ich hab auch nicht nur Reis gegessen Ich hab auch Tempe gegessen Da ist Sapi Die weiße Sapi Die weiße Sapi Die weiße Sapi Sapi Macht Muuu Oh Sapi Baby Sapi 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 Nie tau Sapi Anak Sapi Anak Sapi Anak Sapi Anak Sapi Mami Anak Qador Ah Ja Anak Qador Und meine Mama ist Krakatau und unsere Kinder sind Cucu Krakatau. Was ist Cucu? Baby? Cucu, Enkel. Ja, unsere Kinder kann nicht Enkel sagen. Wieso? Weil unsere Kinder unsere Kinder sind. Ich verstehe das nicht, ich bin Kondor. Du hast gesagt... Weißt doch, hier war da ein Unfall. Oh, hier. Ja, eine Ampel. Wir sind sogar abends hier lang gefahren. Ganz spät abends. Du, 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 du. Und der Puff. Danke, Inki. Ich denke, sein wird sie. Lala. Wo? Oh, oh. Winterbeer. Winterzwerg. Nein. Wow. Im Winter. Ja. Hier viele Touristen. Viele, viele Deutsche. Ja, sieh mbak. Blenden. 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 Blenden, hier ist es Winteberg. Hier ist es viele Touristen aus. Ja, schon da. Man redet von Teufel. Wie viele Kondor? Ich habe schon ganz viele gesehen. Du auch? Ganz viele. Ja auch. Da, Sappi auf Fußballfeld. Mhm. Sappi spielt Fußball. Fußball. Wuhu. 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 Apartment. Oh, ja stimmt. Kostkost. Oder für Wohnmobil. Wohnmobil verleihe. Ja, das ist guter Business. Sehr gut. Otak Lona tuh udah otak bisnis guys Ah, Lona denkt in man bisnis In man bisnis Karena kalo kita Apaan sih? Oh my baby, bala bala Dikasih kentut lagi gue Bisnis kentut, malah ada kentut di bisnisin Energi kentut Mah kentut? Ya kan? Kebiasaan kan dia yang kentut dan yang kebawah Anda selalu begitu Kodok, kodok Jadi Lona itu otaknya udah otak bisnis guys Jadi udah Apapapun dibisnisin gitu Karena cita-cita aku adalah Aku pengen punya Bisnis yang lumayan besar Supaya bisa memperkerjakan orang-orang lain Mengurangi pengangguran Kenapa sih? Senyum-senyum sendiri Ih Stefan mah Tutup ah! Jendelanya Kamu mulat gak muka dia? Tandai mulat ya? Padahal nyetip mobil kayak gitu mukanya Dia kayak hantu tau Sayang Das Fenster Dines Winterberg Aber wir sind noch nicht im Winterberg Ja, aber meine Haare Deine Haare sind im Winterberg Mach ich schon mal leid? Dann mach ich doch zu Aber meine Haare fliegen immer Oh, fliege 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 Immer Wir sind aber auch lang gefahren mit dem Fahrrad Oder? Ne Oder? Doch Oder? Ich weiß nicht Vielleicht Scheiße, keine Ahnung Ich denke wir sind hier bestimmt lang gefahren Pferdas hit Oh teachings Wah, was ist denn da oben? Wir sind hier Rom Ah ge harvest Lader Wieso Was? Umm Ich denke brauchen neue kein Bit Um Colmoled gak dick? Ungefähr 70 Euro, mal besser wie Dingens, ja, Getriebe. Fahrrad, 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 Fahrrad. Das ist ein schönes Haus, ja. Sehr schön. Sehr schön. Wow, rumah-rumah Yogi bagus banget sih. Ich sehe was was du nicht siehst. Was hast du gesehen? Was ist nicht. Oke lah, guys. Kita tetep gelo vlog yang hari ini. So, sampai jumpa di next vlog video selanjutnya. Sampai jumpa di next vlog. Sampai jumpa di next vlog. Mau liate. Mau liate.